So macht ihr einfache und super saftige vegane Zucchini-Puffer, passend zur Saison. Dafür raspelt ihr Zucchini, dazu kommt Mais, Frühlingszwiebel und so eine Art Teig. Und daraus machen wir dann diese Masse, die wir einfach anbraten können. Also super easy in der Pfanne gemacht. Dazu gibt es einen zitronigen Kräutertipp. Und das Rezept findet ihr bei mir auf dem Foodblog. Sind auch ideal für unterwegs.